Ja, für euch habe ich einen kleinen rebellischen Akt gegen Unterammergau. Am 03.05.2023 haben wir das Video hier gemacht. Leider ist es irgendwie verschwunden in den unendlichen Weiten einer Festplatte. Aber jetzt bringen wir es auf den Tisch. Das Kunstwerk Die Sichtung, 32 Meter hoch und super schön. Es hat sich sowohl durch das Besteigen als auch durch den Anblick in die Köpfe seiner Besucher gebrannt. Das Kunstwerk von Hildegard Rasthofer und Christian Neumeyer wurde nun weiterverkauft. Der Zielort ist unbekannt. Nachdem dieses Konstrukt schon in Freising ausgestellt wurde und aktuell seinen zweiten Stellplatz hier in Garmisch in Unterammergau einnimmt, wird es wohl seinen endgültigen Aufenthaltsort oder Aufstellungsort erreichen. Relativ leicht zu montieren in einem Tag sind diese 2 auf 2 Meter Kuben, die einfach nur verschraubt werden. Dieses Gebilde steht an sich sehr sicher. Trotzdem muss beim Aufbau einiges Wichtige beachtet werden, damit das Konstrukt eben windstabil stehen kann. Für euch noch ein kleiner Ausblick, wie die Leute vom Turm die Umgebung wahrgenommen haben. Die Klangfarbe und die Klangart, die bei der Besteigung entstehen, kann ich euch allerdings nicht wiedergeben. Ich hoffe, es gibt weitere so schöne Ausstellungen, die so ein bisschen den Bergen in der Umgebung trotzen. Danke, servus.